Und bei diesem krankhaften Narzissmus ist es ja eine Art Vakuum in der Selbstwertstabilisierung. Im Grunde sagt Ihr inneres Stimmchen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin ein Loser. Wenn Sie das aber dauerhaft hören, können Sie sich gleich am nächsten Baum aufhängen. Also setzen Sie etwas dagegen und setzen eine Grandiosität dagegen. Sie sagen, ich bin großartig, alle anderen sind bescheuert, ich bin viel schlauer als alle anderen, ich bin zu großen Berufen.